Als Aggressivität gilt alles, was durch Aktivität, zunächst durch Muskelaktivität, eine innere Spannung aufzulösen sucht. Dabei kann sich das aggressiv-aktive Bedürfnis mit Zielen der Libido verknüpfen, dieser zum Erfolg helfen und dadurch befriedigend wirksam werden. Oder aber es gelingt eine solche Sozialisierung nicht und das Triebbedürfnis bahnt sich in einem mehr oder weniger rücksichtslosen Handeln des Individuums seinen Weg. Je psychophysisch überlegener das Individuum sich dann seinem Partner gegenüber erweist, desto mehr wird die Streiteinheit zur Destruktion des aggressiv besetzten Objektes führen müssen. Triebe sind also operative Bezeichnungen für Energieformen, wie sie uns aus anderen Bereichen der Naturforschung, wie etwa der Elektrizität oder des Magnetismus, bekannt sind. Man versucht im Rahmen einer Theorie mit ihnen menschliches Verhalten zu erklären, in seinen Motiven zu verstehen und zu beeinflussen. Wir wissen, dass dies nur sehr unvollkommen gelingt, vor allem dort, wo sich Formen kollektiver Aggressionsbefriedigung herausgebildet haben. Es liegt nahe, die Beispiele dafür in der Gegenwart zu suchen, zum Beispiel im Krieg in Vietnam. Die Kämpfenden auf beiden Seiten sind unseres Mitgefühls sicher, weil sie als Individuen in ein Geschehen geraten sind, in dem das Opfer von Leib und Leben von ihnen gefordert wird. Dabei bewundern wir den Mut des vietnamesischen Volkes, das in einem Kampf gegen Eindringlinge seine Selbstständigkeit behalten will. Die Entschlossenheit der Vereinigten Staaten, Den Widerstand dieses kleinen Volkes um jeden Preis zu brechen, ist rätselhaft, solange man nicht Zuflucht zu übervereinfachenden und deshalb trotz partieller Richtigkeit unzureichenden Erklärungsschablonen nimmt, wie der unersättlichen Profitgier der Kapitalisten. Dann bleibt es eine nicht gelöste Frage, wie es dahin kommen kann, dass ein Volk von der freiheitlichen Tradition der Vereinigten Staaten sich auf einen so ungleichen Kampf mit solcher Entschlossenheit versteift und vor keiner Gewalttat zurückschreckt. Wie konnte aber auch ein Volk wie das vietnamesische und sehr ähnlich das Volk der beiden koreanischen Staaten sich auf einen solch mörderischen Bruderkrieg einlassen, der zu einer Funktion im Machtkampf konkurrierender Großmächte geworden ist? Gibt es einen Wert, einen einzigen von Menschen gesetzten Wert, die Selbstverteidigung in einem Krieg derart hartnäckig zu betreiben, dass Zehntausende sterben müssen, Hunderttausende verwundet oder obdachlos werden, dass ein Land alter und schöner Kultur mit ihren Zeugnissen in Rauch und Asche versinkt? Lieber tot als Sklave, darf diese alte Devise unter den gegebenen waffentechnischen Verhältnissen die oberste Richtschnur im Verhalten eines Volkes bleiben? Man muss diese Fragen nur stellen, um zu sehen, dass zu ihrer Beantwortung eine sehr subtile Analyse des Begriffes nationaler Ehre gehören würde, dass man auf der anderen Seite ebenso Begriffe wie Imperialismus, Kapitalismus daraufhin untersuchen müsste, welche psychologischen Mechanismen und zwar vom Individuum her kaum korrigierbaren seelischen Vorgänge hier das Feld beherrschen. Die Primitivpsychologie, die in solchen kriegerischen Verwicklungen als Erklärungsmodell immer angeboten wird, Habsucht, Heimtücke etc., erklärt doch nur scheinbarerweise das tatsächliche Verhalten. Die Auffassung scheint vielmehr berechtigt, dass solche Übervereinfachungen wie der Kapitalist oder der Kommunist vordergründige Vorgänge der Selbsttäuschung sind. Die unbewussten Ich-Anteile sind dabei in die Dienste kategorisch nach Befriedigung verlangender Triebspannungen getreten. Unser Ich glaubt dann tatsächlich, was es unter weniger bedrängten Verhältnissen als halbe oder überhaupt keine Wahrheit erkannt und zurückgewiesen hätte. Mit einer derartigen Annahme kommen wir sogleich in ein schwieriges Feld der Verständigung, vor allem deshalb, weil hier offensichtlich eine Verhaltensregulierung auf zwei Ebenen geschieht, auf der Ebene individueller Bedürfnisse im Sinne der Aktualität und auf der Ebene von Gruppenanweisungen, in denen institutionalisierte, also langfristig wirksame Idealvorstellungen zum Zuge kommen. Die Institutionen zwingen das Individuum, etwa in der Notlage eines Befreiungskrieges, seine Bedürfnisse, seine privaten Hoffnungen und Ziele weitgehend aufzugeben und den inhaltlich vom Kollektiv festgelegten Forderungen des Ideals unterzuordnen. Wie sehr diese Einwilligung von tödlichen Folgen bedroht ist, haben uns die Weltkriege und die Fokalkriege dieses Jahrhunderts gezeigt. Gäbe es nicht so etwas wie einen Todestrieb, jedenfalls in der menschlichen Spezies, so wäre der Tod auf dem Felde der Ehre nicht erklärbar. Schon vor 130 Jahren schrieb der französische Politiker und Historiker Alexis de Tocque in seinem berühmten Buch »Die Demokratie in Amerika«, »Die Ehre sei eine kuriose Konvention, die sich in der mittelalterlichen Feudalgesellschaft gebildet und in den europäischen Monarchien erstaunlich lange gehalten hat. In der demokratischen Gesellschaft Amerikas aber«, so meinte er, »hat diese alte Religion keine Gläubigen mehr. In einer Gesellschaft der Gleichheit und Gleichberechtigung ist für die Ehre kein Platz mehr. Es liegt ganz fern, nach ihr überhaupt zu fragen.« Die Regenerationskraft der Ehre hat sich aber als wesentlich stärker erwiesen. Es ist denen das Bewusstsein des Individuums mitformenden gesellschaftlichen Vorgängen offenbar bis heute nicht gelungen, kritische Instanzen gegen den Todestrieb, gegen die destruktiven Tendenzen, die sich in solchen Tugenden wie der Ehrenhaftigkeit verbergen, jedermann erkenntlich zu machen. Aber seit Tocque ist ein neues Zeitalter angebrochen. Kriege erreichen nicht nur die kämpfenden Soldaten, sie erreichen mehr und mehr die menschliche Gesellschaft als Ganze. Ist Heldenmut angesichts der Interessenkonflikte im Zeitalter der Nuklearwaffen und überhaupt einer hohen Perfektion von Tötungsmitteln noch eine adäquate, der Selbsterhaltung dienliche Reaktion? Das Eingeständnis, dass dies nicht mehr der Fall ist, hat zur Konsequenz, dass wir von alten Mutformen und der Tugend militärischer Opferbereitschaft, wie sie in den Gesellschaften durch die Jahrtausende kultiviert wurde, Abschied nehmen müssen. Man stirbt nicht mehr in der alten Streitgemeinschaft, in der immer auch ein Moment der Ritualisierung der Kampfprozeduren enthalten war, man stirbt in Naturkatastrophen, die vom Menschen ausgelöst werden. Das hat mit dem herkömmlichen Stil des Krieges nichts mehr zu tun. Zugleich beweist der vietnamesische Konflikt jedoch, dass unsere inneren Handlungsbereitschaften, unsere aus der Triebmitgift stammende Neigung zu aggressiven Verhalten nach wie vor weckbar ist. An den Triebbedürfnissen hat weder die Lebensform der Industriegesellschaft noch das massenhafte Dasein irgendetwas zu ändern versucht. Nach wie vor regeneriert sich die aufgestachelte aggressive Energie rasch und über einen langen Zeitraum hin, ehe die Phase der Erschöpfung eintritt. Mit der Hervorhebung dieser psychologischen Prozesse ist keineswegs bestritten, dass eine Fülle weiterer determinanten kriegerische Verwicklungen erzeugt und begünstigt. Jeweils ist zu fragen, welche Privilegien auf dem Spiele stehen, welche aggressiven Entwicklungen in dem gegebenen Sozialsystem stattgefunden haben, welche Anfälligkeiten für paranoide Verkennung der Realität sich herausgebildet haben, zum Beispiel unter dem Einfluss von Not wie der großen Arbeitslosigkeit der 30er Jahre. Wenn wir uns an die Ereignisse in der kurzen Spanne der Jahre 1942 bis 1945 in unserem Land erinnern, an Stalingrad und Dresden, so können wir keinen Wert nennen, der Opfer dieser Größenordnung rechtfertigen würde, wie sie damals dargebracht wurden. Blut und Boden, Herrenrasse, nationale Ehre sind nicht eigentlich die zu verteidigenden Elemente, als diese ausgegeben werden, sondern aggressionserweckende Symbole. Sie können nur dadurch zu zündenden Kampfparolen werden, dass der Streit für sie einen Abfuhrweg für lange unbefriedigt gebliebene Aggressionsbedürfnisse eröffnet. Unter dem dauernden Unlustgefühl, das sie verursachen, werden die Anlässe, die einen aggressiven Triebdurchbruch auslösen, immer nichtiger, schließlich ist es die Fliege an der Wand, die unerträglich irritiert. Ein Mann steht vor einem Postamt und will aus dem Automaten Marken entnehmen. Dieser behält sein Geld ohne Gegenleistung. Der zu Hilfe gerufene Aufsichtsbeamte wartet beim Aufschließen gar nicht, bis er den Grund für die Störung gefunden hat. Er ist gleich mit der Bemerkung bei der Hand, da war die deutsche Jugend am Werk. Ist einmal diese reizbar angriffsbereite Stimmung gefestigt und weit verbreitet, dann verlaufen Konflikte zwischen den Interessen einzelner Individuen oder Gruppen der Gesellschaft leicht im Sinne der Selbstverstärkung des Affektes. Jedes Wort, jeder Schritt führt tiefer in die Feindschaft, sodass jene Affektsteigerung zustande kommt, deren Auswirkungen wir vor einem Vierteljahrhundert am eigenen Leib gespürt haben. Das riesige Ausmaß der Verluste aller Kriegführenden in den beiden Weltkriegen beweist, dass Destruktivität nicht nur nach außen abfließt, sondern auch in hohem Maß gegen die eigene Person gerichtet sein kann. Der rücksichtslosen Verfolgung des Feindes entspricht die rücksichtslose Bereitschaft zu leiden. Obwohl für einen objektiven Beobachter nach dem Verstummen der Waffen des Zweiten Weltkrieges unsere Gier nach Fremd- und Selbstunterwerfung hinter den dürftigen Rationalisierungen der nationalsozialistischen Ideologie offen zu Tage trat, hat das die Einsicht in die Zusammenhänge, welche die Katastrophe herbeigebracht haben, kaum befördert. Regelmäßig hört man am Ende eines kriegerischen Konfliktes, so etwas dürfe sich nie wiederholen. Die kriegerischen Verwicklungen seither beweisen, dass das Opfer von 30 Millionen Menschen auf beiden Seiten des Zweiten Weltkrieges keine vorbeugende Wirkung auf andere Konfliktfelder und andere Konfliktgegenden ausgeübt hat. Alexis de Tocqueville würde sich erneut gewundert haben, wenn er dem Gespräch eines blutjungen amerikanischen Offiziers zugehört hätte, der darauf brannte, nach Vietnam versetzt zu werden. Während er in die Ferne starrte oder seinen Gesprächspartner durchbohrend ansah, brach er immer wieder in die Worte aus »Kill them all«, schlagt sie alle tot. Wenige Tage danach konnte man in einem Fernsehfilm der DDR das Gesicht eines gleich alten, finster dreinblickenden Piloten sehen, der sich für den Einsatz fertig machte und dabei zu einem Reporter von seinem Hass auf die Imperialisten sprach. Beide Männer wirkten besessen von einem Gefühl der Aggression, dem gegenüber sie keine Selbstbesinnung ins Feld führen konnten. Gegner, die bereit sind, mich oder meine Kameraden zu töten, bilden zunächst einmal ein elementares Hassobjekt. Vielleicht gilt das auch für Imperialisten, die es im Einzelfall auszumachen gelte. So wie diese beiden Männer mit ihren Feinden umgingen, werden sie nie herausbringen, dass ihre Hassgefühle die Kraft haben, Hassgefühle auf der Gegenseite zu wecken, so dass eine Kette von Hassausbrüchen sich bildet, in deren Fortsetzung die gerechte Sache immer mehr verblasst. Sie waren blind vor Hass und unzugänglich für Argumente der kritischen Vernunft geworden. Stattdessen boten sie ein Gegenstück zu jenen hohen Verliebtheitsgraden, die gegen jede Warnung immun und unzugänglich sind, nur auf die Befriedigung brennender sexueller Erregung drängen. Wie mancher Antisemit, bevor er zum Pogrom oder zur Endlösung schritt, noch keine einzige persönliche Erfahrung mit einem Juden gemacht hatte, so auch dieser junge Flieger. Konnte er sich vorstellen, wie ein einzelner Mensch nicht eine Klasse, Aussehen, Fühlen, Denken, Argumentieren, Handeln müsste, um als Imperialist eingestuft und deshalb mit tödlichem Hass verfolgt zu werden? Der zur Ausrottung der Vietnamesen so entschlossene amerikanische Offizier hatte nie einen Fuß auf deren Land gesetzt, wusste nichts von ihrer Kultur, Sprache oder Geschichte. Er schwätzte von Freiheit als Kriegsziel daher, von einer Freiheit, die keinerlei Verbindung mit dieser Geschichte hatte. Sie waren wahrhaftig nicht klar im Kopf, diese beiden Todesboten, aber es war aus ihren Gesichtszügen, ihrer Haltung zu erkennen, dass sie unter dem Diktat in ihnen lebendiger Gefühle lebten. Von einem Extremfall darf man sprechen, weil bei ihnen die aggressiven Triebregungen jede nachdenkliche Überlegung zum Schweigen gebracht zu haben schienen. Beide waren deshalb aber keine Sadisten, keine Männer, die nur in der Verbindung mit Zufügung von Schmerz zu sexueller Lust fähig gewesen wären. Vielmehr war es bei ihnen zu einer weitgehenden Entmischung von Sexualität und Aggression gekommen und sie lebten in einer geradezu mönchischen Ausschließlichkeit ihrem Destruktionsauftrag. Sie hätten es nicht gekonnt, wenn ihnen nicht ein inneres Triebbedürfnis entgegengekommen wäre, wenn nicht innere Bilder, Fantasien bereitgelegen hätten, die sie selbst auf die Kurzformel Hassen und Töten brachten. Das Wesen solcher innerer Bilder, solcher Tagträume ist es, dass in ihnen Wunscherfüllung vorweggenommen wird. Beide waren so in diesen Fantasien gefangen, dass alle anderen Gefühlsbindungen dagegen verblassten, alles, was sie liebevoll an ihre Welt sonst gebunden haben mag. Sie waren beide jung, der DDR-Flieger ein Schlosser, der US-Offizier ein Bauführer. Beide nahmen offensichtlich auch das Risiko, bedenkenlos auf sich selbst getötet zu werden. Der eine für das, was die Gegenseite Ausbeutung und Imperialismus nennt, der Flieger der Deutschen Demokratischen Republik für das, was die Gegenseite als Streben nach der Weltrevolution bezeichnet. Wir lernen also, dass Aggression, die in beiden Männern so heftig nach Alleinherrschaft in der Bestimmung ihres Verhaltens verlangte, den konträrsten Ideen und Parolen dienstbar sein kann. Aber es kommt etwas überaus Wichtiges hinzu. Jede Seite denunziert bei der anderen die Aggression als etwas Bösartiges und Destruktives. Selbst kämpft man immer in Verteidigung des Guten, des Überlegenen, im Dienste der Moral also. Dieses traurige Schauspiel unzivilisierter Gefühlsverwirrung, die man in der Geschichte gern die Qualität heroischer Leidenschaft zuerkannte, wiederholt sich seit Menschengedenken. Es ist ein archaischer, urtümlicher Typus der Konfliktlösung. Der Konfliktinhalt ist letztlich immer wieder ein rivalisierender Anspruch auf Territorium und mit diesem Territorium verbundene Befriedigung der Selbst- und Arterhaltungstendenzen. Auch wenn der Streit nicht damit beginnt, so endet er regelmäßig mit einem Kampf um die Unabhängigkeit eines Gebietes, um seine politische oder staatliche Souveränität. Weil diese Art des Streitanlasses uralt ist, sprachen Konfliktforscher wie Erich Fromm die Frage aus, ob der Mensch in der Lage sei, sein Schicksal zu meistern, denn er sei in Neandertaler Mentalität befangen. Da könnte sich aber ein Irrtum einschleichen. Zwar töten Menschen einander, seit Menschen ihrer Geschichte gedenken, aber ihre Naturgeschichte ist tiefer als die Erinnerung. Wenn wir uns in der Verwandtschaft der Menschen unter den Anthropoiden umblicken, so sind die ihnen nächsten Verwandten, die Menschenaffen, besonders friedliche Vegetarier. Es sieht so aus, als wären die Ur- und vorgeschichtlichen Menschen sammlerähnlich friedlicher Art gewesen. Erst mit der Entwicklung des Besitzes beginnt jene Tragödie, die von der neidvoll rivalisierenden Aggression gespeist ist, die uns so vertraut ist, weil sie bis in die verborgensten Winkel unserer Sozialwelt eindringt. Vielleicht beziehen alle sozialistischen Gesellschaftsentwürfe aus dieser Hoffnung auf Befreiung von Neid und Ausbeutung, mit anderen Worten von Rivalität zur Aggression ihre tiefste Attraktion.